George, das war doch nur ein kindlicher Impuls. Denk daran, dass er noch klein ist. George, er ist 4000 Jahre alt. Macht das Feuer aus. Macht alle Feuer aus. Kein Wunder, dass die Sonne erkaltet. Er fängt an, im Kamin herumzustampfen. George, hast du den Verstand verloren? Dann nehmen Sie die Bücher da und gehen Sie den Ofen anzünden. Wie gesagt, es ist Antroos. Zwei Wochen. Das ist Gesetz. Ich hoffe, das ist soweit klar. Was hat das mit dieser Gelder auf sich? Es heißt, ein Wall aus Eis dringt vom Norden vor. Boston erreichen wir telegrafisch nicht. Das ist euer Vater. Erleichterung. Gelächter. Tränen. Gehopse. Die Tiere tollen herum. Antrobus lässt die Pakete auf den Boden fallen. Wirft Mütze und Decke hinterher. Heroische Umarmungen. Menschen und Tiere drängen sich zusammen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020